Ach, fick dich doch. Nö, 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 nö. Der Experte hat wieder zugeschlagen. Ich hab mir da extra einen Weg gemacht. Und was mach ich? Genau das krasse Gegenteil. Geil. Einfach nur geil. Oh, da ist noch was. Hier wird nix zurückgelassen. Tschung. Ha, na, 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 na. Einfach weil ich's Teil und das Geld hab, nimm ich das mit. Oh, what the fuck. Ha, ja, von hier kamen wir. Ha, ha, ha. Und jetzt los. Halt's Maul, Handy. Halt's Maul. Äh? Wo? Hey, warten Sie mal. Warten Sie mal. Wissen Sie, wo das Portal ist? Wissen Sie das? Danke für diese Information. Die machen es mir eigentlich so schwer. M. Controls. Äh. Togelmops. Wait. X. 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 Zoom ist set. Okay. Oh. Hm. Ich weiß, wieso ich dich seh. Ich muss ja auch in die ganz andere Richtung. Okay. Danke. Das nehm ich aber mit. Das ist mein Schatz. Okay. So. Es war auf jeden Fall irgendwo. Und wo? So. Hier ist. Dead. Ha. Hab's gefunden. Sollte ich mir ein Waypoint setzen. Wartet. M. Waypoints. New. Nee da. Ja. Portal. Out. Out. Outgang. Aus. Gang. Dann. Danke. Dankeschön, Herr Portalmensch. Nnnnnnnn. Wir sind wieder zurück. Nnnnnnnn. Nnnnnn. Alter. Guckt euch die Mobs an, die hier drunter sind. Alter. Äh. Nettelwreck. Fuck. 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 Ah. Sticky-Stick-Sticks Sticks Hallo Oh Du meinst, wird das Bestraft Oh, Feuerzeug Da Pickaxe, da Das Ding da Und da Die baldig Bittu fertig Cool Ich mach immer und immer wieder die falsche Truhe auf So Nein, baldass So, was brauch ich denn für die nette Jetpack? Sand und immer blend Oder Pulverized Iron und Ferrous Metal Okay Okay Haha Leading good Oder net Wie steht da bei Leadstone? Achso, hier Haha Brauchen wir ein Kopper Oh Also wir brauchen... Wie leiden die Scheißdinger dann eigentlich auf? Erstmal fangen wir hier an. Item duckt! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Muss das denn immer so viel sein? Wie viel dein Level? F*** dich doch! F*** dich! Määä! Geile Aussicht. Very, very nice. Very, very, very... 57... 57... Wie viel Prozent hast du denn? Hohensohn! Huiuiui! Huiui! Guck dich unser schönes, äh... eingebautes, äh... Portal, äh... Scherz beiseite. Huiuiui! Huiui! Huiui! Hmmm... Hmm... 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 Gucken wir mal hier durch. Was haben wir denn alles anzubieten? Oh, so ein Motor ist auch was schönes, oder? Rain-Muffler, Sound-Muffler, Magnum-Dodge, Ender, ok, wartet, dass ich mir schreiben auf, also hier ist Kabel, hier ist Iron, hier ist Iron, ein Ofen, hier ist ein Redstone Ingot, hier komme ich darauf, ok, wir brauchen also, da ist, Dummheit muss bestrafen, zwei, ein Iron, dann brauchen wir Kubli, Jo, gucken, ob ich es mir gemerkt habe, Wo kommt denn da rein? Wo kommt denn da rein? Wie ist das eh nur? Furnace-Fuel, Ok, Regulua, Furnace-Fuel, ich rate mich, ob das Ding auch Sound macht, bin aber nie nah dran sieht kacke aus ich glaube ich ganz selten lang rikula fern ist viel macht irgendwie kein ton oder streiten wir uns nicht drüber streiten wir uns nicht drüber junge ich habe 29 level ein goldner schlag in die fresse kommt und gold nur geht pulverreist lied in geht ich sag euch bin kaputt boom beach also schmeiße ich noch schnell zum ende der aufnahme dass hier rein und wird so können das war es für diese aufnahme season wir sehen uns dann nächste aufnahme season wieder also nächsten part und wir würden uns über ein däumchen hoch freuen und so weiter und so fort vielleicht wenn es euch komplett gefällt und ihr wollt mehr videos sehen bleistülfte battlefield cod mancraft und wabababah ihr könnt auch gerne den abonnierbutton klicken der ist da unten irgendwo wisst ihr ja und der like button auch und an der stelle würde ich dann sagen das war's wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann haut rein ciao